Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Skype-Blog. Ich hab übrigens, ja, ich hab ein bisschen Stein, ein bisschen Cobblestone gefarbt. Und ja, hier brät noch ein bisschen Stein in den Üfen. Ein paar Bricks hab ich auch schon gemacht. Aber, ja, ich denke, das dürfte jetzt auf jeden Fall reichen. Zwei Stacks, ich denke, das dürfte reichen. Ja, da haben wir dabei. Wasser auch. Alles fresh. Okay, super. Würde ich sagen, ziehen wir den Rand. Glowstone müssen wir noch weiterhin warten. Könnte noch ein wenig gedauern. Aber, naja, neue Maus ist jetzt auch bestellt, Leute. Ich hab morgen, morgen kommt die neue Maus an. Ich denke mal, ich weiß noch nicht, ob ich ein Unboxing dazu machen werde. Ich hab zumindest vor, ein Unboxing zu machen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich das, ja, nicht vergesse. Sondern wirklich mache. Und, ja. Dann hab ich endlich eine neue Maus. Endlich. Wird aber auch echt, wurde aber auch echt Zeit, Alter. Es wurde echt Zeit. Ich mein, ich fail hier ja schon wieder mit der Maus. Beziehungsweise, die setzt ja schon wieder ein paar mehr Steine, als ich eigentlich sollte. Soviel zu dem Thema. Und, ja. Wir müssen jetzt weiter unseren Pool beenden. Und. Dafür werde ich jetzt Erde setzen. Erde planten. Das dürfte eigentlich reichen, wenn ich... Ja, hier anfangen. Hier anfangen, Erde zu planten. Genau. Zack, zack, zack. Überall muss Erde hin. Und ich hoffe, die neue Maus ist auch gut. Hab sie halt, ja. Ich hab sie halt im Internet bestellt. Und ich, da kann ich halt nicht testen, wie gut sie in der Hand liegt. Ich hoffe, das passt alles. Alles. Da sollte ich aufpassen mit. Scheiß, die Wand dann. Mit den Löchern im Boden. Ähm. Ja, ich hoffe, das geht dann. Dass die gut in der Hand sitzt. Und. Da auch alles so passt, wie es sein sollte. Auch von daher. Ja. Von der Größe her, etc. Ich hoffe, das geht alles so. Ich glaub, wir brauchen noch mehr. Dreck. Sieht auf jeden Fall so aus, ja. Oder ich nutze Stein dafür. Aber ich will keinen Stein dafür nutzen. Verdammt. Komm. Nein. Scheiße. Okay, ich geh kurz Dreck holen. Schon wieder sind hier Endermäne. Warum? So viele Endermänen. So, ich denke, das dürfte jetzt aber reichen an Dreck. Hoffe ich. Hoffe ich. Ich wäre sonst doof. Fatal wäre es. Es wäre fatal. So, äh. Jetzt wieder hier langlaufen. Nicht, dass ich in ein Loch falle. Das will ja keiner. Na doch, wie ich es euch kennen wollte, das sicherlich. Ich hätte auch schon hier überall Dreck blenden können, ne? Ach, scheiße. Ach, Mann. Okay, du bist doof. Ja, ich weiß, danke. Da muss ich nämlich nur die eine Schicht wegmachen. Und nicht gleich, ja, die ganze Schicht wegmachen. Und dann nochmal eine weitere Schicht unter Wasser planten. Weil da müsste ich die ja unter Wasser hinsetzen. Darauf hätte ich eigentlich keine Lust. Okay, ich glaube. Aber das dürfte nicht mal reichen an Dreck. Wenn ich jetzt. Obwohl. Ich weiß es nicht. Oh, diese Maus, ne? Ich bin froh, wenn die neue Maus da ist. Ohne Scheiß. Ich bin dann so froh. Ups. Oh Gott, oh Gott. Ich habe heute Niesanfälle, Alter. Das glaubt ihr nicht. Ich muss schon den ganzen Tag so viel niesen. Das ist schlimm, ey. Das ist unglaublich. Das ist... Ne. Ich kann mir das nicht erklären. Ich kann mir das nicht erklären. Einfach so. Weiß nicht. Ich bin nicht wirklich krank. Und trotzdem... Weiß ich nicht. Muss ich den ganzen Tag niesen. Das ist echt... Nicht... Cool. Das mit der Maus regt richtig auf. Das ist... Ach, ich weiß nicht. Irgendwie... Ich bin so froh, wenn die neue Maus da ist. Ich war vorhin auch noch mit einer Freundin in... Äh, in der Stadt. Hab da... Nachgeguckt, ob es da... Vielleicht bei unserem Laden noch... Ne neue Maus gibt. Die vielleicht noch ein bisschen günstiger ist. Und... Weil ich sie halt da austesten kann. Ob sie gut ist oder nicht. Aber leider... Gab es da keine. Es gab eine, die war ziemlich gut... Und da lag ziemlich gut in der Hand. Ähm... Aber... Ja, hat auch gut... War auch super so von den Tasten her. Hatte genug Tasten. Die ich belegen konnte auch noch. Und so weiter und so fort. Aber war halt ein bisschen zu teuer. Deswegen. Naja. Kann man nichts machen. Hab ich mir halt... Ja, Gott. Jetzt muss ich halt noch einen Tag länger warten. Bis ich mir die... Bis ich eine neue Maus hab. Ich denke... Ach, das ist nicht so das Problem. Das ist nicht das Problem. Warte ich halt einen Tag länger. Noch eine Aufnahme. Minecraft Skyblock. Mit der Maus. Werde ich wohl überstehen. Und ihr auch. Also von daher. Das ist alles... Okay. Ich glaube, wir haben nicht genug Dreck. Ich glaube echt, wir haben nicht genug Dreck. Zack. So. Wir haben nicht genug... Wir haben nicht genug Dreck, Alter. Könnt ihr das fassen? Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie viele Stacks Dreck wir hier verbraten haben. Aber es sind einige. Und wir haben trotzdem nicht genug. Unglaublich. Unglaublich. Das ist echt krass. Dieses Dreckgeräusch regt mich langsam auf. Immer dieses stetig gleiche Geräusch. Ich muss meinen Sound mal ein bisschen leiser machen. Das kommt halt von Videos gucken, wenn ich... Da drehe ich meinen Sound immer ziemlich laut. Und... Ja. So muss ich auch gleich mal die Leiter wegmachen. Wir haben ja auch eine ziemlich lange Reihe, ne? Zwei. Wir haben hier jetzt drei... Da unten gerade Zahl. Ne, fünf und irgendwas. Fünf und irgendwas. Jo. Egal. Fangen wir halt schon mal an mit Wasser. Machen wir das erstmal... Wir machen erstmal hier eine etliche Wasserquelle hin. So und... Und... So. So, dann haben wir hier unendlich Wasser. Danke. Ich muss dafür den Jailer wieder ausmachen wegen dem Wasser. So, zack. Zack. So und... So. Zack. Immer mehr Wasserpläntin. Immer mehr Wasserpläntin. Zack. Passt. Okay. Äh. Jetzt muss ich eigentlich immer nur da einplanten. Genau. Zack. 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 Ich glaube, das war eine zu weit. Scheiße. Ähm. Ja, weil ich jetzt... Ich muss... Ich muss da hinten kurz den Dreck abbauen. Falls in einer Reihe. Nein. Shit. Okay, Moment. Einmal raus, bitte. Danke. So, dann muss ich jetzt nämlich eine Reihe hier... Was? Äh. Dreck wegmachen. Weil ich glaube, wenn wir jetzt nur von hier oben aus... Okay. Schon wieder. Auf der Farm. Immer auf der Farm. Wo spawnen die ganzen Viecher denn? Ich muss bei Flo mal ordentlich ausleuchten, ey. So, ich glaube... Das reicht jetzt schon sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber soweit ich weiß, wenn wir jetzt nur hier oben Wasser geplantet hätten... Er würde uns die Strömung halt... ...nach unten ziehen, wenn wir im Pool wären. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch so ist. Ne, jetzt sieht das... Jetzt sieht das eigentlich alles... ...normal aus. Müssen wir jetzt von dort Wasser nehmen? Ja. Ich glaube, einmal... ...dann nach... ...hier planten. So, ich glaube, die Strömung dürfte jetzt okay sein, so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es dürfte uns keine Strömung nach unten ziehen. Wie gesagt, ich kann mich irren. Werde ich wahrscheinlich auch. Ja, komm her! Ja, komm her! Dein Ernst! Jetzt renne ich weg! Junge! Spast! Geh weg! Du hast mein Kaktus geklaut. Schon wieder. Da hinten? Nee. Von weiter oben weg. Okay. Meine Güte! Drecks Enderman! Ich weiß nicht, was die alle für Probleme haben. Ständig müssen die... Hier chillen. Zack! So. Ähm, dann kann ich jetzt... Ey, ist das dein Ernst? Ich weiß nicht, woher die kommen. Das ist das Problem. Ich weiß echt nicht, woher die kommen. Wieso ist das hier so komisches Wasser? Ich würde irgendwie auf Peaceful gerne stellen. Warte mal. Kann ich das nicht mit? Controls. Äh... Survival-Mode. Ja, Creative-Mode. Spectator-Mode. Cheats. Damn! Was war hier? Saves? Nein. Custom. My items? Nein. Okay. Ähm. Difficulty... Null? Ah. Danke. Jetzt kommen erstmal keine Monster. Aber das nerven... Diese Endermänner nerven nämlich mega. Allein also einfach nur das Geräusch nervt schon. Ich hoffe, ihr versteht das. So. Okay. Dann kann ich jetzt, glaube ich, erstmal wieder eine Reihe mehr pflanzen. Also Wasser planten. Genau. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich kann das mal kurz austesten. Wie lange brauche ich denn hier zum Hochschwimmen? Okay, circa paar Sekunden. Ja, hier noch genauso lange. Ich weiß es nicht. Ach, egal. Nein. Nein. Okay. Wisst ihr was? Ich lasse das mit dem Dreck. Ich lasse das einfach. Ich muss trotzdem warten. Ich muss trotzdem hier oben komplett mit... Ach, das kann ich auch gleich machen. Jetzt sind die Fackeln halt gleich für den Arsch. Aber egal. Braucht kein Mensch. Falls wir jetzt da runterfallen sollten, können wir uns jedenfalls nur retten. Ah, sollte auch Luft holen. Kann ich das nicht? Ja, kann ich. Dann einfach gleich einmal runtergehen. und dann den Dreck einsammeln, wenn ich hiermit fertig bin. Dim, 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 dim. Ah, hier regnet ein Zinn, okay. Das Apul ist nicht komplett überdacht. Egal. Kann man einmal in Schatten gehen, wenn es sonnig ist oder so und einmal halt in die Sonne gehen, wenn es sonnig ist. Macht Sinn. So, ich... Das dürfte jetzt aber reichen, um das hier komplett fertig zu planten, oder? Oh, diese Maus. Das ist so nervig. Ja, das reicht. Okay, nice. So. Gut, dann müssen wir jetzt hier Wasser hin planten. Hier. 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 Dort nochmal. Dort nochmal. Und hier. Zack. Perfekt. Und jetzt einfach nur nochmal den ganzen Dreck entfernen. Ich hätte das mit dem Dreck nicht machen sollen, ohne Scheiß. Ja. Egal. Nein. Zack, 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 zack. Ach, und sonst so, Leute. Ach, Mann, oh Mann. Dim, 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 dim. Hier in Niedersachsen beginnt ab morgen wieder die Schule. Ne, ab heute. Ab heute. Für euch ist es ja heute, wenn ihr das Video seht. Für mich ist es morgen. Aber, ja. Schule beginnt. Und. Ja. Ich muss erst ab 1.9. los irgendwann. Glaube ich, ist das. Ich weiß es nicht genau. Ähm. Und. Ja, eine Freundin. Muss halt morgen schon los. Die regt sich schon voll darüber auf. Ich mobbe sie immer damit. Ha, du musst morgen schon los zur Schule. He, he. Und. Das ist ziemlich witzig. Aber. Sie tut mir auch schon so ein bisschen leid, ne? Nein, eigentlich nicht, aber. Egal. Ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Wenn sie sich die ganze Zeit so aufregt. Ach ja. Herrlich. Herrlich, herrlich. Hat er nicht eben noch Dreck? Oder hab ich den aufgesammelt? Hä. Ich weiß halt wie gesagt nicht, ob ich jetzt schnell dem Wasser hier, das Wasser hochschwimmen oder halt echt langsam. Ich weiß nicht, ob da immer noch eine Strömung ist und die uns nach unten zieht oder nicht. Ich hab echt null Ahnung. Ich plante einfach gleich nochmal da, wo noch Dings reinkommt. Cobblestone reingehört. Mach ich da. Äh. Ich weiß nicht, mach ich da Dreck rein. Ich weiß es noch nicht, was ich da reinmach. Entweder Dreck oder Cobblestone. Ich glaub Cobblestone. Obwohl nein, zum besseren Kennzeichnen mach ich da, glaub ich. Bricks rein. Ja. Machen wir mal Bricks rein. Steinziegel. Zack. 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 Damit wir wissen, dass da später noch Glowstone reingehört. Ich ächze echt schon so viel. Mann, wie schnell geht das denn mit der Luft? Ist ja ätzend. Alter, unsere Diasch... Was? Unsere Diaschaufel ist gleich im Arsch, Leute. Das ist nicht so unbedingt vom Vorteil. Egal. Wir haben ja noch... Ich glaub sogar, wir können schon einen Eisenschaufel machen. Sonst müssen wir bald bald wieder mit Steinen arbeiten. Außer ich geh nochmal los und fahre ein paar Dias. Ich glaub, das mach ich. Offscreen. Noch mal ein paar Dias holen. Damit wir noch... Ja, noch eine Dia-Axt uns holen können. Dia-Schaufel. Dia-Spitzhacke. Noch eine. Wir haben zwar noch eine. Falls die erste jetzt bald kaputt geht. Sollte sie eigentlich langsamer. Gucken wir mal. Oh ja. Gucken wir mal. Der Part ist gleich vorbei. Alter, wir haben nur den Pool gebaut. Wie schnell geht denn so ein Part vorbei? Alter, Vater. Ich glaub, Minecraft ist das einzige Spiel, was ich locker fünf Stunden am Stück aufnehmen könnte. Ja, ich glaub schon. Vielleicht Minecraft Skyblock nicht unbedingt. In den ganzen Farmen und so. Aber so an sich, glaube ich, so. Wenn ich nur bauen würde, würde ich Minecraft als einziges Spiel... Warte mal. Ja doch. Eigentlich... Ja doch, ist okay. So müssen wir hier aber noch irgendwie... Ich glaub, hier müssen wir noch eine Zäunung machen. Machen wir mal Cobblestone oder machen wir die mit normalen... Ich glaub, die... Ich glaub, die Randung ziehen wir mal mit normalem Stein. Ja. Ja, machen wir. Dann kommen da noch später... Ich mach aber Holzzäune drauf. Ich denke, das passt besser zu einem Pool. Das war gut, Doki. Danke, Doki. Ja, kein Ding, Doki. Ich red zu viel mit mir selbst, oder? Hm. Naja. Ja, hier packen wir dann... Zäune rauf. Ich denke mal... Wir machen die mal aus... Dschungelholz. Ich meine, hat das Holz auch endlich mal eine Verwendung bekommen? Ich glaub, das wär... Ja, das wär ganz cool, glaub ich. Haben wir grad echt... 64... Ja, fast 64 Stone verbraucht. Hier sind es zwei. Hier dürften auch nur zwei sein, ne? Ja, gut. Okay. Dann hol ich mal kurz Dschungelholz. Und dann machen wir noch schnell die Entzäunung. Und dann... Ist der Pader schon wieder vorbei? Heilige Kacke. Ich weiß gar nicht, ob ich... Hab... War... Hat der noch dabei, als ich Holz gefällt hab? Ich glaub... Nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab auf jeden Fall... Einmal Holz gefällt. Ein bisschen. Ähm. So. Zack. Und... Zack. Und... 5, 6, 7. Zack. 21 reicht aber, glaub ich, nicht, ne? Hier müssen wir noch mal ein bisschen so Holz hier... Zack. So. Ne, wir brauchen... Wir brauchen ein Stack. Fast. Glaub ich, an Holz. An Zäun. So. Ja, ich dürfte jetzt aber reichen. Zack. Und zack. Wir haben nicht mal mehr genug Stacks. Nein! 54 könnten reichen. 54 könnten reichen. Ich bin mir nicht sicher, aber es... Könnte sein, dass es reicht. Gucken wir mal. Na? Dip, 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 dip. Ah, ich glaube aber eher nicht. Ah, sieht nicht gut aus. Uns fehlen drei. Uns fehlen drei Zäune. Drei verdammte Zäune. Zack. Ups. Wir kriegen doch drei hier durch, oder? Ja. Perfekt. Verballer ich das restliche Holz in Sticks. So. Schwupps. Das hier sieht doch ziemlich doof aus irgendwie, oder? Kann man hier durchgehen? Joa, ho, ho, ho. Man kann durchgehen. Ne, das ist doch doof. Kann man rüberspringen. Was, wenn ich hier so einen Zaun hinmache? Kann man hier... Ja. Alter. Hachi. Wie mache ich denn das jetzt? Ich glaube, so mache ich das. Brauche ich aber noch... Moment. Brauche ich erst mal noch... Fackeln. Nein. Oh. Äh. Super. So, dann kommt hier noch eine Fackel hin. Dann kommt hier noch eine hin. Dann hier noch. Das sind drei immer, ne? Eins, zwei, drei. Zack. Eins, zwei, drei. Zack. Eins, zwei, zack. Ja. Sind hier auch zwei zwischen? Ja, so gut. Okay, gut. Okay, gut. So, dann kommt hier eine hin. Zwei, drei. Zack. Eins, zwei, drei. Zack. Eins, zwei, drei. Zack. Eins, zwei. Zack. Zack. Ich brauche mehr Fackeln. Juhu. Und ich brauche noch eins, zwei, drei, vier Zäune jetzt. Dein Ernst? Das ist jetzt doof. Ne, das ist jetzt doof. Scheiße. Das ist jetzt richtig doof. Egal, dann kann ich mir nochmal kurz Kohle snacken ein bisschen. Wenn man mich noch ein paar Fackeln machen kann. Nehmen wir das mal aus dem Ofen. Zack. Dann snacken wir uns nochmal kurz. Zwei Dschungelholz. Zack. Zwei Dschungelholz. Ups. Zack. Haben wir halt noch Zäune übrig. Shit. Egal, es wäre fast... Es wäre perfekt aufgegangen fast. Scheiße. Aber nur fast. Das ist das Problem. Zack, zack. Wieso immer da? Zwei da. Eins, zwei, drei. Zack. Perfekt. Haben wir auch genug ausgeleuchtet. Hoffentlich. So, dann muss doch... Hier eine hin. Nein, hier. Ne, wir machen hier noch eine hin. Hier eins, zwei und hier nochmal zwei. Genau. Zack. So, passt. Perfekt. Gut, Leute. Dann würde ich sagen... Wir brauchen hier noch schnell eine Trapdoor. Haben wir noch eine? Ja, wir haben locker noch eine. Wir haben noch viel mehr als eine. So, die Leitern kommen zurück. Die Erde kommt hier wieder rein. Wir haben locker ein bisschen Erde verloren. Ein bisschen. So, den Stein kann ich noch zurückbringen. Aber wir spielen auf Peaceful. Deswegen verliere ich keinen Hunger. Ich wundere mich die ganze Zeit. Hä? Warum verlieren wir keinen Hunger? Stein, Stein. Stein, Stein. Bricks. Ich glaube, wir behalte ich mal. Ich glaube, wir behalte ich mal. Die Äpfel können noch unten. Der Zuckerrohr auch. Trapdoor. Dort ran. Ich glaube, Flo wird sich wundern, wenn er wieder auf den Server kommt irgendwann mal. Wie viel sich hier geändert hat. So, die Eimer kommen nach oben. Oho. Part ist länger als 20 Minuten. Aber das ist ja... Ne, das ist Minecraft. Bei mir ist es typisch, dass ich die Parts so länger habe irgendwie, ne? Das sind immer länger. So, Enderperlen. Zack, zack. Ich wollte eigentlich nur eine werfen. Okay. Zumachen. Es geht nicht hier noch rein. Ich muss hier noch eine Überdachung hinmachen. Schlafen. Gleich. Aber Leute, dann würde ich sagen, das war es mit dem Part. Wir haben den Pool beendet. Wir sind jetzt bei das nächste Mal wieder. Ich knack immer meinen Finger nach dem Part irgendwie. Haut da rein. Na. Ich knack.